Während meines Streams zu Mario Wanda sind einige sehr lustige Clips entstanden, die von mir auf TikTok bzw. YouTube Shorts gepostet wurden. Und um nun von allen lustigen Clips eine Zusammenfassung zu haben, ein komplettes Video, habe ich sie nun für euch alle zusammengeschnitten und in einem Video, und zwar in diesem hier, als... Highlight Video verpackt. Viel Spaß! Ah, was passiert jetzt? Halt! Shut the fuck up! Sink nicht, geht mir aus dem Weg! Ich hole die 10er Münster das nächste Mal nicht. Ich vergesse, dass ich den Challenge mache, ich idiot. MEIN! Wieso springen die auch so hoch? Dieses verdammte Noten-Döcker! Jede Schmal! Wer hat die erfunden? Was ist das, Mann? Der steckt jetzt aber fest ein ganzes Leben lang. Naja, selber schuld. Naja, nicht ein ganzes Leben. Irgendwann maugelt er ab, fällt ins Void. Ach, du easy. Ich bin so dumm! Wie kann ich die Flage nicht treffen? Ich habe immer noch keinen anderen Samen. Lol. Grinch. Never speak again. Ich wurde verarscht. Digga, hä? Ich kann ja so, zack, und dann Wandsprung machen, damn. Ich tue ich aber, wenn du schaffst das. Natürlich schaff ich das. Okay, wir starten. Fuck, Dude, wieso? Ohaah! Abschnittest. Falsche Mütze. Oh, nein. What the hell? Wieso mach deine Stamm-Attacke? Bist du dumm? Ohaah! Lost to jump! Lost to jump! Ah, wie gut, dass ich Japan nicht gewählt habe, und dass es eine Option ist. Im Deutschen. Letzter Sprung. Letzter Sprung! Digga, imagine. Cringe. What? Gigacounter von ihm. Ja, das geht. Da ist noch eine Pause. Platz, das Schütze. Hard to easy. Nice climbing! Nice climbing! Irgendwann will ich für ein nice fight, du boi! Wie ist das? Hier ist auch stehen W. Hey, komm mir da nicht hoch, was solls das? YUM DU MOTHERFUCKER! Nicht den Anschluss verlieren. Alright. Gut. Alright. Muss wieder einen verfolgen, oder was? Einfach nicht sterben. Alright. Fuuuuck. Jaaa. Bad. Terrible. What the hell? Nein, ich bin dumm! Ja, das ist doch ein Witz. In der Koopa-Shell geht das Weg los. Damn! Not too easy. Jetzt verstehe ich wie das schwierig ist. Einen Fehler und du musst resetten. Ach. Watch me still get it. Not too easy. Das Level macht eigentlich voll Spaß. Wo waren wir denn? What the hell? Search. Wieso rede ich eigentlich? Ey, das Level macht eigentlich voll Spaß. Bro, what is you talking about? Gut, Checkpoint. Ja, Digga! Verrasch mich nicht mehr! Weisst du, so hat sich... Alter, rät doch schneller! What the fuck? Weisst du... Du solltest dich lieber beeilen! Das... Wurscht ich zugeben, Digga! Das war gut gemacht, Mann! Yo, what the hell? Ich muss neu starten! Sonne Scheisse! Hier doch Wasser, ich hab dir gerade gegeben. Ach, Scheisse. What the hell is happening? Es ist ein Fiebertraum. Ah! Der war so schnell! Sonne Scheisse! Oh Gott! Ja, fick doch alles! Meine Fresse! Tak, 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 tak! Eins, zwei, drei, vier, fünf... Ich bin... Idiot? Ich hab nicht auf diesen... Die Bär... Die Bär... Wow, wie ich mich gerade verteidigt hab... Gert... Spass... Höh? Wie krass! Nein, nicht krass! Zeit für ein Quiz! Waaas? Was ist der Junior? Was ist du yapping über? Wie welche dritte trifft man gegen Wiglan? Tennis verstecken, rennen! Pssch! Das war's! Wie viele denn noch? Noch eins! Das wird easy! Viele Blumenmünzen kosten einen Wanderpils im Laden! Fuck, duuuude! Wie schießt ein Pfeilschnabel ab? Ich weiß es nicht! Wie kann man im Laden kaufen? Was kann man im Laden kaufen? Was kann man im Laden kaufen? Das ist der Königssammel oder Sammel? Ja! Mein Gott! Einfach ein Quiz! Hä? What the hell? Wie geil! Ja! Ich wurde verarscht! Gut, dann gehen wir mal zu den Blüteninseln zurück! Dabei geht es schnell nach oben! Also du knackst es vielleicht in deine Ohren! Ah! Na Spaß! Ich bin dazwischen gelandet! Ihr habt es gesehen! Es geht! Ach du easy! Aber was? Ich war ja pixelperfekt, nicht? Haha! Was passiert jetzt? What the hell? Wie geil! Hahaha! Das ist so geil! Ich bin im falschen Film! What the hell? Sooo geil! Und Toad's Ball sieht so geil aus! Ja! Bro! Nein! Wie kann ich so bad sein? Nein! Ich bin unaware! Nein! Treffer und ich bin dead! Genau wenn ich sage, passiert es! Ah! Ja! 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 Was ist das? Ja! So schlechtes Timing! Ja!